Hallo YouTube! Ja, da sind wir wieder. Und ihr seht, ich habe auch schon wieder die Kamera an und hier ist das gute Stück. Da ist die Nummer 3. Jawoll! Haustörchen Nummer 3 für den dritten, zwölften heute Morgen. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute und jetzt gucken wir mal rein. Wir haben ja gestern, haben wir die 2 geöffnet. Und ich hole mal das Teil und unsere Bauanleitung hier hin, weil die werden wir ja brauchen, mal wieder, hoffe ich. So, und da ist das gute Stück. Wir haben also das Große plus das Kleine hier gestern drin gesetzt. Gut, das legen wir uns jetzt mal hier zur Seite und schauen nochmal nach, was in der 3 drin ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin neugierig. Ich möchte es zu gerne wissen, was da drin ist. So, dann schauen wir mal rein hier. Ernsthaft? In der 3? Ernsthaft? Nee, das gibt es jetzt nicht. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Ich glaube, Leute, ihr glaubt es nicht. Passt auf. 3. Ja? Die Nummer 3. Ich werde es euch zeigen. Da, die 3. Nochmal hier für die Große. Da, die 3. Haus. Und jetzt? Ey, ohne Flex. Hier. Da. Da. Da liegt es. Ein Teil. Ein Teil. Da ist es nicht mehr. Ja. Ein Teil. Gibt es nicht. Also. Da spittert. Da springt der Hund in der Pfanne rum, ey. Wartet mal. Das kann nur eine Verarsche sein. Das geht gar nicht. Das müssen eigentlich 2 sein. Das müssen 2 Teile sein. Aber wo ist das zweite Teil? Hä? Weil ohne das zweite, andere Teil, kann ich das erste Teil nicht einbauen. Das Teil, was wir jetzt brauchen eigentlich noch, um hier weiter fortfahren zu können, um dieses kleine Teil mit dem großen Teil hier, also das Teil, ja, zu verbinden. Und dann, ach, warte, nein, nicht so groß, so. So, also, das Teil mit dem Teil, was ist denn da, da, ja, das Teil und das Teil, müssen wir danach verbunden werden, aber da fehlt ein Teil. So, also, hier, und zwar, haben wir das Teil jetzt hier, das, und das Teil brauchen wir aber noch. Keine Ahnung. Da hinten, in der Ecke, ja, sitzt meine Frau und lacht sich gerade schlapp, weil, wie ja schon erwähnt, meine Frau macht mir den Adventskalender und hat ihn befüllt. Komm mal ran auf den Meter. Ich glaube das nicht. Ein Teil! Ich verstehe es nicht. Wir können nichts bauen. Ich habe nur ein Teil. Und der bewegt sich auch nicht einen Meter. Und der bewegt sich auch nicht einen Meter. Auf den Meter nach hier. Ja. Gut, meine Lieben, dann müssen wir mal schauen. Dann machen wir morgen natürlich weiter. Und bauen dann, hoffentlich, das kleine Teil, hier, ich zeige es nochmal, den Groß da. An das große Teil. Ja. Shit happens, so ist es. Aber das können wir immer noch nicht weiter bauen. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ähnlich. Also, ich wünsche euch aber bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, gebt euer Bestes, ich tue es auch. Von daher, ciao, euer Kolke. Yep. ... ... ...